Viel Schnee und ein Kanadier obendrauf macht traumhafte Bilder, so die Rechnung der Filmemacher. Einzigartige Bilder bekommen sie auch, allerdings nicht wie geplant, denn Nachschwung 4 heißt es für Ian McIntosh erstmal abschnallen, bitte. Der Kanadier purzelt ungebremst Richtung Talsohle, fast 500 Meter bergab im Steilhang. Die Produzenten können nur zusehen, wie sich der Extrem-Skifahrer immer und immer wieder überschlägt, der Ton aufgezeichnet von der Kamera an seinem Körper. Als der fast freie Fall endlich endet, befürchten alle das Schlimmste, McIntosh aber schüttelt sich kurz und spricht die magischen Worte. Wenn auch hörbar erschöpft. Im Purzelbaum bergab auch für den Extrem-Sportler extrem. Der bleibt wie durch ein Wunder unverletzt. Ian McIntosh und sein unfreiwilliger Guinness-Rekord im Kullerfässchen Extreme. Einfach unglaublich. Einfach unglaublich. Einfach. Einfach,の llevata TIM kan Sakit. Nein, es muss alles gleich horizontale, Untertitelung des ZDF, 2020